Oh, das ist großartig. Das ist großartig. Aber gut, reichlich neue Nebenmissionen wären jetzt auch verfügbar. Nebenmissionen mit Lito. Nebenmissionen mit Sumire immer noch. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal unsere neuen Materialien finden. Das glatte Leder. Okay, wir brauchen immer noch Shion. Wir nehmen immer noch Segeon und Apito mal mit. Immerhin dürften wir dann gleich einen neuen Skill ja kriegen. Immerhin dürften wir gleich einen neuen Skill kriegen. Okay. Und das dürft ihr eigentlich ja nur das magische Geschoss sein. Ja, es kann eigentlich ja bloß eine maximale Magiegeschoss sein. Oh, das glatte Leder hätten wir damit schon mal. Weitere hochwertige Materialien haben wir dann auch schon mal gekriegt. Und vor allem haben wir damit jetzt gleich auch wieder mal ein bisschen Geld beisammen. Für ein... Für ein Upgrade. Für mich g fuerte, die... Für uns W Achben hier spielen, keinen B augen zu Essen. нав Das war sehr grob Bitcoin. Für mich sicher bleibt dieonia. Euer Mond Männer dr Feuer. Das war's für heute. Halt! 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 Das ist natürlich das Ergebnis. Halt! Halt! Koku. Wir haben den Begriff festgestellt. Gebra Reserve und die Beste south Table ist sehr, wenn die Chir pelte. Halt! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Das ist wirklich, was ihr? Nein, genau. Ja, ja. Ich bin sehr froh. 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 Ja, ich bin sehr froh. Ja. Ich bin sehr froh. Aber ich bin sehr froh. 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 Hier sind die Gazele-Ou-Menge. Wenn ich es gut für mich, dann sagt sie, dass es sehr wichtig sein wird. Ich habe mich sehr froh. und ich habe es順ig gemacht. Ich habe es順ig gemacht. Ich habe es einfach gekauft, und ich habe es順ig gemacht. Ich habe auch noch etwas von der Dwarven. Ich habe es nicht die Runde ausgedrückt. Ich habe es nicht mehr so geholfen. Was ist das, Riebel? Er hat sich gefragt, dass die Gazele-Ou-Nirim auf den Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Er hat sich gesagt, dass es ein Geist ist, und ich weiß, dass er nicht glaubt. Aber das ist das Wahrnehmste. Es ist das Wahrnehmste, dass es das Wahrnehmste ist. Er hat sich gesagt, dass der Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Gut, dass er nicht glaubt, Riebel. Der Gazele-Ou-Nirim ist auch gut, Riebel. Ja, aber ich weiß nicht, dass er mit dem Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Der Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Warum ist der Gazele-Ou-Nirim gegründet? Ich habe mich gefragt. Was ist das? Das ist der Gazele-Ou-Nirim gegründet. Ich glaube, dass die Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Ich glaube, dass die Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Bis zur Gazele-Ou-Nirim gegründet wurde. Es ist das Gazele-Ou-Nirim gegründet? Esiona da, aber es bleibt werden. Diesen bonsen Dieser Riller ist die Engel-Ou-Nirim. Das ist das Gazele-O. Oh! Ich sage lieber, er sagt Farmas dazu. Ich habe das Gefühl, ich freue mich. Das ist die Farmas. Das ist die Farmas. Das ist die Farmas. Was ist die Farmas? Das ist die Farmas. Das ist die Farmas. Aber ich habe die Farmas auch die Farmas und die Farmas. Das ist nur das, was ich sage. Aber ich bin der Farmas. Das ist die Frage. Das ist das? Der Mann ist sehr aufgerlich. Deswegen ist er auch der Mann mit dem Eurathania zu erfolgt. Und er wird das Mann mit dem Mann zu einem Schlauch geholfen. Das ist nicht so, was es das Mann. Wenn wir mit dem Ängels sprechen, dann sagen wir uns das jetzt. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich wissen, was ich? Das stimmt. Ich weiß nicht, aber das ist das Geheimnis. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich. Du hast du auch angelesen Angellus? Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht so, dass die Macht als die Macht und die Körseung des Landes nicht so viel zu tun, aber ich kann nicht die Körseung des Kirschens, die Körseung des Kirschens und die Körseung des Kirschens. Ich habe mich nicht mehr so, was ich? Ja... Also... Oh, das war ich? Was ist das? Ich weiß nicht, aber ich habe mich über die Körseung des Kirschens und der Kirschens, die Körseung des Kirschens. Es ist eine große Herausforderung. Ich habe einen Moment, um mich zu erzählen. Wie ist die Welt dieser Welt? Ich habe nicht gehört, dass ich das grundsätzliches Thema habe. Ich habe nicht gesagt, dass die Welt der Welt der Welt sein kann. Die Ängel ist einmal 500 Jahre, und wird auf der Erde verletzt. Tja, das sind jetzt diese Informationen, die eigentlich jetzt so im Manga und im Anime jetzt, glaube ich, der Sack noch nicht Rimuru erreichten. Zum allerersten Mal über diese Angriffskriege der Engel alle 500 Jahre. Davon hatte ich ja erst im Manga von, äh, ah, wie hieß sie jetzt, er sagt noch. Verdammt nochmal, jetzt weiß ich, wie er sagt, nicht mehr so genau, wie er sagt, diese eine Dämonenkönig hieß. Luminas, hm? Zum allerersten Mal hat er sogar über diesen Angriffskrieg, glaube ich, Luminas gesprochen. In Anwesenheit von Hinata. Und ihrem Untergebenen da, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Diese Informationen haben wir ja auch, äh, mein Vater. Oh, das ist ja. Ah, ah. Vielen Dank. Das ist wirklich so, dass diese Frau wirklich... Entschuldigung, ich habe mich nicht verletzt. 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 Hey, hey, Rimmel. Ich bin schnell in die Wohnung. Ich habe mich nicht verletzt. Tja, währenddessen mal wieder auf dem Palastflur. Naja, wohl jetzt auf dem Palastflur. Naja, wohl jetzt auf dem Palastflur. Mhm, wirklich, oder? Ich hab mich nicht so Angst... Aber wenn du dich so glaubst, dann würde ich dich abwarten und jetzt nachher kommen. Shion-San ist so glücklich. Das war's für heute. Wenn du ein wenigstens anstattest, wirst du ein wenigstens anstattest. Willi! Ich bin gespannt, Slime! Ich bin hier! Ich bin hier! E-Elof! Nein, wir sind die Eltern von Elf! Sie waren gut? Natürlich! Sie waren immer sehr gut. Ich dachte, dass wir uns nicht vergessen haben. Was ist das? Komm schon, ihr seid. Ihr seid ein Freund von Slime. Sie sind sehr großartig. Ich bin der Arbeit! Sie können sich alle befreien. Mama, bitte. Was ist das, Slime? Ich habe noch einen Schwerpunkt, der hier ist. Angels? Ich glaube, ich habe schon mal hierhergebracht. Was hast du erzählt? Ich habe gehört, dass ich die Zürra und die Veldra-Berfülle und die Zürra-Berfülle habe. Aber ich habe noch nicht gesehen, aber... Ich glaube... Was sind die Schwerpunkt für die Slime-Schein? Das ist doch so, was es? Ich glaube, es ist... Ich glaube, dass ich nicht gesehen habe, dass ich die Daten auswählen habe. Slime, bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich glaube... Ich habe gesehen, dass Slime ein bisschen was geschenkt. Ich habe gesehen! Ich habe gesehen! Ja, ich bin sehr gut. Das ist gut, ja. Es ist ein Kiel, Kiel. Ich habe es gesehen, nicht wahr? Wir machen das so. Aber ich hatte einen guten Schleuch. Was? Ich habe mich sehr, dass ich mich sehr fühlen. Ich denke, dass ich mich sehr fühlen würde, dass ich mich sehr fühlen. Ich habe das, dass ich mit Slime-Slamm für dich verletzte. Danke. Danke. Gaze-Ru-Ou-Advice ist, dass wir zu Hause noch ein paar Upgrades durchführen. So haben wir uns alle in Dwarugon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon. Wir haben auch noch ein paar Worte, und wir haben auch noch ein paar Tempest. Es ist für alle. Danke, Dwarugon-Dohrgon! Miletus-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon-Dohrgon años. Ich bin genau wegen des Gaze-Rgon-Dohr laufen. Auch das ist kein Gehirn von der Gaze-Rha gelaufen. Das ist sp Warsitculaten IFA-D dog вес. Das ist eine große Herausforderung, aber es ist eine große Herausforderung für Haku-Low. Für Haku-Low ist es, dass du mit deinem Freund kennengelernt hast. Das heißt, Rimmur hat eine gewisse Art von Rimmur. Aber ich habe es geschafft, dass ich es in der Zeit verwendet habe. Wenn du Zeit hast, kannst du mit dir gehen? Los geht's, Haku-Low! Na gut, endlich kriegt der Sakakuru einen dritten Skill. Auch nicht schlecht. Welcher Skill werden das jetzt? Himmlischer Anblick kann nun verwendet werden. Ein Komboangriff, der ein drittes Auge öffnet und die physische und geistige Verteidigung aller Gegner senkt. Ja, zum allerersten Mal eingesetzt im Kampf gegen Farmers. Wird ja auch noch kommen. Also gut, dann wollen wir doch jetzt mal das dritte Auge aktivieren. Ja, zum allerersten. Die Kiste und 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 die Kiste. Wir werden aber auch noch nicht verwendet werden. Und dann können wir doch jetzt noch mal das drittes Auge geben. Aber jetzt geht es noch mal die Kiste. Das war's für mich. Tja, das reicht. Aber gut, passive Skills können angepasst werden. Der letzte Skill jetzt also bei Ranga. Mal sehen. Der letzte Skill von Rigol? Nicht der letzte Skill, aber auf jeden Fall ein paar weitere. Aber hier der letzte Skill bei Shuna. Der letzte Skill von Shion. Von Sui. Okay, doch also die letzten beiden Skills können auch noch erlernt werden. Auch 100%. Jetzt Hakuro. Der letzte Skill. Ebenfalls 100%. Tja, Sumire. Da dauert es jetzt noch ein bisschen. Da sind es noch ein paar Skills zu viel. Okay, bei Gerudo dauert es auch noch ein bisschen. Bei Gabiru. Ja, sind es ja auch noch vier weitere Skills. Jetzt noch drei. Seguion. Mh, fünf weitere Skills. Dauert natürlich auch noch ein bisschen. Bei Arpitor noch vier weitere. So, Lito. Ebenfalls bisher bloß 85%. Und das war es erst einmal. Ansonsten können wir jetzt noch mal sehen, was wir aufrüsten können. Zeit also für die große Schmiede. Ein paar Upgrades in Ehren kann nun niemand verwehren. Abgesehen natürlich davon, wenn man zu wenig Geld jetzt hat. Weil dann kann es doch noch ein bisschen problematisch werden. Komm. Okay, das maximale Magiegeschoss haben wir jetzt auch erlernt. Also gut. Die Raumfortbewegung will ich dann erstmal weg haben. Und dann holen wir mal lieber das maximale Magiegeschoss. Gut. Mein Ziel erreicht. Gut. Ich habe auch noch nicht gewonnen. Ich habe mich nicht gewonnen. Ich habe mich nicht gewonnen. Rimmel, du bist. Du bist nur von Dwarren, aber du hast du schon wieder trainiert? Ja, du bist auch schon trainiert? Ja, ich habe mich nicht gewonnen. Ich habe auch noch eine neue Arbeit gemacht. Ich habe schon einen neuen Schu-Nammer gemacht. Ich bin hier oben, also ich kann es sehen. Oh, Shuna hat eine neue Waffe? Ich bin sicher, es ist ein neues Schu-Nammer. Danke. Dann... Ich bin immer noch ein neues Schu-Nammer. Shuna ist super. Danke. Soll das jetzt ein Trainingskampf werden, oder soll das jetzt eine... Ah, Training... Nein? Okay, Schutzkanon verwendet werden. Erzeugt eine unsichtbare schützende magische Barriere um das Ziel. Er wird die physische und geistige Verteidigung. Okay. Also bedeutet das, dass wir gleicher Erzeug auch noch eine weitere Technik von Binimaru... Sway... Sumire und der Sakyalito... Könnte sein, aber muss nicht unbedingt. Interessant eigentlich jetzt, dass wir keine Möglichkeit haben, jetzt erstmal eine Pause zu machen. Bedeutet dann natürlich ja auch, dass wir in Kürze... Es mit immer stärkeren Gegnern jetzt zu tun kriegen. Aber gut, ist doch jetzt auch nicht verkehrt. Also gut, ein Gebäude können wir jetzt nicht verkehrt. Also gut, ein Gebäude können wir jetzt nicht verkehrt. Dann können wir es ja gleich auch erstmal upgraden. Dann können wir es ja gleich auch erst mal upgraden. Dann haben wir uns geholfen. Dann haben wir uns geholfen. Dann haben wir uns geholfen. Gut, eine neue Zauberei ebenfalls verdient. Das war's. Willkommen Sie, Rimura-Sama. Hier ist ein neues Ziel. Sieh dich in der Höhle im Norden um. Tja, wäre auf jeden Fall was für den nächsten Part. Aber ebenso gut wäre es auch für den nächsten Part, wenn wir dann auch noch ein paar Nebenquests erledigen, um dann hier und dort auch noch ein paar neue Upgrades zu verführen. Wie man ja eigentlich ja sehen kann, hängen wir mit den Upgrades ja doch ein bisschen hinter ran. Als nächstes muss also die große, obwohl die große Werkstatt könnte ein bisschen zu viel sein. Vielleicht könnten wir die Jagdhütte zum Jagdlagerhaus umbauen. Und ansonsten der große Bauernhof. Ja, da kann erstmal kein Upgrade kommen. Ansonsten hier 15.500 die Schmiede. Wäre vielleicht auch keine so schlechte Idee. Oder vielleicht erst einmal die Viehfarm zur Artisan-Viehfarm. Vielleicht dann auch noch upgraden. Und so wie es natürlich hier aussieht, sind die Eier ja wirklich Upgrade-Materialien. Naja, für gewisse Gebäude. Nicht für alle Gebäude, aber für ein paar Gebäude. Sind die Eier ja wirklich Upgrade-Gegenstände. Hier bräuchte man noch süße Früchte. Tja, hier natürlich das Holz, was beim besten Willen nicht mehr allzu wenig ist. Na gut, da kriegen wir auf jeden Fall auch noch einiges zusammen. So oder so würde ich mal sagen, nächster Part, Quest von Sumire. Schwester, äh, nicht Schwester, sondern Quest von ihm hier. Das Name ich jetzt auch vergessen habe. Der Name Kaijin bleibt an der Saki-E auf der Zunge liegen, als die von den anderen. Tja, und ansonsten, wo war denn jetzt der Saki-E? Ah, ja, hier. Die Taverne. Zum tanzenden Goblin. Hier beenden wir dann jetzt aber auch den Part. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo jetzt erstmal wieder ein paar Nebenquests rankommen. Um dann auch erstmal die anderen Gebäude ein bisschen upzugraden. Bis dann und schau bis dann. 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 Vielen Dank.